DHC, unsere Leidenschaft als Sieger Nachdem die Champions League nun für dieses Jahr für uns Vergangenheit ist, steuern wir in die letzte englische Woche und müssen unseren Fokus absolut auf die Bundesliga legen. Es hat rückblickend wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, gegen die Besten der Besten zu spielen und es ist immer eine große Ehre, sich mit diesem zu messen. Und um dahin zu kommen, müssen wir es auch in diesem Jahr schaffen, unter die Besten zwei der Liga zu kommen und da sind wir angehalten, aus einer Verfolgerrolle heraus die nächsten Bundesligaspiele zu gewinnen. Ich finde, das Bietigheim, was schon die ganze Saison sehr souverän macht, einfach mal da mit null Verlustpunkten dazustehen, das muss man erst mal schaffen und wenn wir dranbleiben wollen, müssen wir eine Serie starten. Wenn wir in der Champions League spielen wollen, musst du mindestens eines der ersten beiden Plätze erreichen und das ist unser Ziel, weil wir wollen ganz gern wieder gegen die Großen. Es gibt noch zehn Bundesligaspiele, wenn du den Titel holen willst, musst du alle zehn gewinnen. Das klingt viel, das klingt utopisch, aber es wäre nicht zum ersten Mal, dass eine DHC-Mannschaft es geschafft hat, zehn Spiele hintereinander zu gewinnen. Und der Auftrag dazu stellt Oldenburg dar. Eine Mannschaft, die für mich so ein bisschen die launische Diva der Liga darstellt. Eine Mannschaft, die an einem guten Tag jeden schlagen kann, an einem schlechten Tag aber auch gegen jeden verlieren kann und man weiß nie, welches Gesicht trifft jetzt gerade an diesem Spieltag auf dich. Nicht umsonst hat Oldenburg, vollkommen überraschend in den letzten Jahren, schon öfters auch den deutschen Pokal gewonnen. Teilweise in Bietigheim gegen übermächtige Gegner und genau davor müssen wir gewarnt sein. Oldenburg hat eine Mannschaft, die schon zu Leschets Zeiten immer sehr, sehr schnell gespielt hat, mit hohem Tempo gekommen ist, wo du selber dann ein gutes Rückzugsverhalten brauchst. Gerade mit einer Kim Birke, die dieses Konterspiel seit Jahren geprägt hat, aber auch einer Angie Geschke, die im letzten Jahr in ihrer Abschiedstour für den VfL Oldenburg natürlich da nochmal was zeigen will und die immer in der Lage ist, ein Spiel alleine zu entscheiden. Wir sind angehalten, überhaupt gegen den Rückraum gut zu decken, weil mir gefällt da auch eine Schuhnacker inzwischen sehr, sehr gut, die dem Oldenburg-Spiel ihren Stempel aufdrückt. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Christina Lockwin, einer Spielerin, die ich natürlich aus der österreichischen Nationalmannschaft sehr gut kenne und wo es auch sehr bald beim Nationalmannschaftslehrgang ein Wiedersehen gibt. Eine gefährliche Mannschaft, aber wir müssen gewinnen. Wir haben die Pflicht, jetzt unbedingt eine Serie zu starten. Wir werden alles dran setzen, um die Punkte in der Salzerhalle zu behalten, um unsere Fans auch so zu motivieren, nochmal die letzten zehn Spiele hinter uns zu stehen, damit wir aus dieser Verfolgerrolle heraus unsere Chance für den deutschen Meistertitel ausspielen. Von daher, mit allem was wir haben, jetzt in die Bundesliga, die englischen Wochen werden mit dem Oldenburg-Spiel dann auch vorbei sein und wir konzentrieren uns auf das, was wir national noch erreichen können und das heißt auf zwei Hochzeiten so erfolgreich wie möglich zu tanzen. Danke.